Liebe Flohmarktfreunde, heute sind wir hier mal bei einem Flohmarkt bzw. bei meinem Flohmarktstand. Bin jetzt gerade fertig mit aufbauen. Die ersten Sachen sind schon verkauft. Fing schon relativ gut an. Während des Aufbaus schon die ersten 17 Euro. Mal schauen, was der Tag noch bringt heute. Das erste Betrieb hier noch nicht so toll. Ich kann einfach mal gucken. Wahrscheinlich wird mir morgen sein. Ja, guck mal, hier haben wir so einen alten Dolch, hier so einen Deko-Dolch aus Spanien. Wie es aussieht. Alte Wäschentruhe, auch hier ein Papyrusbild. Ach, hier noch so ein alter Kupferteekessel. Das ist ein alter Kamerarm, nicht Mende. Ja. 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 Hier noch alte Schallplatten. Ja. 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 Mal schauen, was sich am Ende des Tages ergibt. Also Stand jetzt sind 17 Euro. Dann bis nachher. Ja. 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 Segen dieses Wasser effektiv